In diesem Video möchte ich dir die drei Dinge mitgeben, die du unbedingt beachten musst, damit das Onboarding bei deinen Mitarbeitern möglichst gut läuft. Du auf der anderen Seite aber auch genau weißt, okay, wenn mal irgendwas nicht gut läuft, du hast auch keine riesen Trennungsschmerzen. Da werden nämlich sehr viele Fehler gemacht, sehr viele falsche Personalentscheidungen getroffen in der Hinsicht. Und ich möchte dich einfach davor bewahren, deswegen let's go. So, wenn wir uns ganz konkret jetzt mit dem Thema Onboarding beschäftigen. Was heißt Onboarding? Das heißt, ein neuer Mitarbeiter fängt bei dir an. Und dieser Mitarbeiter soll möglichst schnell fit sein, auf Flughöhe sein, sagt man ja immer so schön. Was als erstes, was wichtig ist, das erste ist, dass das Ganze wirklich systematisch stattfindet. Das heißt, ich habe nicht bei dem einen Mitarbeiter, wird es so gemacht, bei dem nächsten, der auf der gleichen Stelle anfängt, wird es so gemacht. Je nachdem, wer gerade für das Einladen fertig oder frei ist. Bei uns damals, als wir im Konzern angefangen haben, war es tatsächlich so, wir waren die ersten zwei Wochen damit beschäftigt, wir haben einen Laptop bekommen, das hat funktioniert, das war es aber auch schon. Dann sind wir im Konzern rumgelaufen, in den Leverdingen Abteilungen, haben uns die Programme, die wir brauchten, organisiert. Dann kam aber relativ schnell raus, nachdem wir so zwei, drei Tage unterwegs waren, okay, einige sind im Urlaub von den Leuten, die die Programme freischalten. Bei einigen weiß die Vertretung natürlich auch nicht, wie es geht. Dann haben wir festgestellt, okay, wir haben dann die Programme irgendwann gehabt, aber da fehlen immer noch weitere Sachen, da fehlen noch weitere Zugriffsrechte. Das heißt, wir waren, die Ersten waren wirklich super viel damit beschäftigt, rumzulaufen und haben geschaut, wo kriegen wir jetzt die Zugänge her. Das ist natürlich eine sehr unschöne Erfahrung von den Mitarbeitern und das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden, weil A kostet es Zeit, B kostet es Geld und C sorgt dafür, dass verschiedene Ergebnisse stattfinden. Weil der eine, das eine Mal hat er einen guten Tag, dann erklärt er den ein bisschen tiefer, wie man das Programm benutzt, das nächste Mal hat er einen schlechten Tag oder wenig Zeit, dann erklärt es ihm nicht so tief. Entsprechend passieren Fehler. Das heißt, du möchtest hier ein möglichst systematisches Onboarding haben. Was bedeutet das? Dass egal, wer anfängt, er den gleichen Input bekommt. Onboarding. Was heißt der gleiche Input? Das heißt, entweder es ist in einem Handbuch, gut, ich habe damals auch ein Handbuch bekommen, das war 200 Seiten, hatte ich nicht so Bock, das durchzuarbeiten, vor allem, weil ich diese ganzen Begriffe noch nicht kannte. Empfehle ich nicht. Schöner ist, wenn du Videos zum Beispiel machst. Du kannst aber auch natürlich einzelne Dokumente machen, je nachdem, wie das bei euch in der Firma ist, aber schau, dass es halt nicht zu langweilig und zu eintönig ist. Videos finde ich immer sehr schön, kann man sich gut angucken. Ja, wird irgendwann auch ein bisschen eintönig, keine Frage, aber ich weiß zumindest, es ist sichergestellt, dass ich diesen Input auch habe. Aber wie gesagt, sonst hast du die Situation sehr schnell und da gibt es natürlich jetzt direkt die Ersten, die sagen, ja, aber der hat ja Rückfragen. Ja, mag sein. Mein Ziel ist hier auch nicht 100% zu schaffen, sondern mein Ziel ist hier wirklich 80% von dem, was er ein bisschen muss, zu liefern, aber diese 80% sind immer auf die gleiche Weise. Jetzt gibt es immer noch 20%, die hier offen sind. Und diese 20% werden dann über tatsächlich Rückfragen geklärt. Übrigens, die 20% sind auch in dem Onboarding natürlich erklärt, aber sie werden einfach nicht wahrgenommen in dem Moment, wo sie gehört werden. Das ist auch ganz normal, dass der Mitarbeiter nicht alles mitbekommt. Die Alternative dazu wäre, ich gebe das dem einen Mitarbeiter, der macht ein Onboarding von auch 80%. Der nächste macht von mir auch 80%, aber es sind komplett andere 80%. Das heißt, die letzten 20% sind auch 20%, aber die sind komplett anders. Bedeutet, wir haben sehr schnell die Situation, dass wir hier den einen Mitarbeiter, der kommt auf diese Höhe, der andere kommt auch auf diese Höhe, auf einer ganz anderen Ebene. Dann kann es auch mal sein, dass ein Mitarbeiter plötzlich nur auf 60% geonboardet wird, weil der Kollege einfach nicht so viel Zeit hatte. Und du merkst schon, es wird plötzlich sehr unplanbar, was für Rückfragen kommen. Es wird plötzlich sehr unplanbar, wo Fehler entstehen. Du weißt nicht, was hat er ihm erzählt, was er ihm nicht erzählt. Und das ist bei dem systematischen Onboarding eben überhaupt kein Problem. So, das ist die erste Sache. Der zweite Vorteil ist, es geht sehr schnell. Das heißt, du musst nicht warten, bis da gerade dieser eine Use Case vorkommt, wo der eine Kunde das Problem hat, wo du ihm das erklären kannst, sondern du kannst es einfach an einem Beispiel nehmen und sagst, hier hat er das Problem gehabt, so und so sah das aus, so und so hat das funktioniert. Müssen sich den Mitarbeiter jedes Mal selber hier zusammensuchen, wird nicht passieren, deswegen machst du es einmal systematisch. So, Punkt eins. Das zweite ist, und das ist ganz wichtig, das soll möglichst schnell produktiv sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn bei uns jemand anfängt, der innerhalb der ersten Woche schon wirklich geldrelevante, umsatzrelevante Dinge machen kann. Ich habe so oft erlebt, dass mir jemand sagt, ja, wenn wir Vertriebler einlernen, der fährt erst mal zwei Monate mit dem anderen Vertriebler mit, guckt die Termine an, guckt, was da passiert. Ist ja alles schön und gut, aber der macht zwei Monate keinen Umsatz. Das heißt, du zahlst in zwei Monaten erst mal Geld, sagen wir mal konservativ gerechnet, irgendwas vielleicht 6.000 Euro über die zwei Monate, die du erst mal bekommt, ohne dafür auch nur einen Cent Gegenwert zu bringen. Und jetzt kommt nämlich dieser Teufelskreis zustande. Jetzt merkst du nach zwei Monaten, der ist eigentlich gar nicht gut. Der kann Vertrieb gar nicht. Der hat die ersten Termine gemacht und es war einfach richtig grottenschlecht. Der geht auf das Feedback nicht ein, der kann das nicht umsetzen, kann ja alles passieren. Das heißt, das ist einfach ein schlechter Vertriebler. So, was machst du jetzt? Entlässt du den jetzt? Du hast 6.000 Euro in den investiert in zwei Monate. Wenn du jetzt den Kollegen sagst, der einen eingelendet hat, du mit dem Hans, das wird doch nichts. Hier, nochmal lern dich nicht einen ein. Das heißt, du kannst plötzlich, wenn er möglichst produktiv ist, wenn er schon in der ersten Woche den Hans an irgendeiner Stelle entlastet, dann gibt es Möglichkeiten. Das will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil das würden wir jetzt abschweifen. Aber es gibt Möglichkeiten, dass der Mitarbeiter schon in der ersten Woche den Hans so weit entlasten kann, mit einfachen Tätigkeiten, dass der Hans mehr schafft. Das heißt, der Hans macht mehr Umsatz in der Zeit, wobei den anderen einladen. Wenn du nach zwei Monaten merkst, der taugt nichts, der kann nichts, kann er ihn trotzdem vor die Tür setzen und sagt, der Hans, gut, ich habe zwei Monate trotzdem mein normales Pensum geschafft, sogar ein bisschen mehr geschafft, weil ich quasi eine Assistenz an der Seite hatte. Und jetzt der Nächste kommt wieder eine Assistenz, für mich ist ja auch in Ordnung. Hat ja kein Problem mit, äh, nicht der Hans, sondern der andere, der Hans ja, der hat ihn jetzt entlassen, um mal bei dem Beispiel korrekt zu Ende zu bringen. Also sehr einfach, aber sehr effektiv, um auch gute Entscheidungen zu treffen, möglichst schnell Flughöhe. Ganz wichtig. Also wenn ihr innerhalb der ersten zwei Wochen noch nichts machen, was dir wirklich Geld zurückbringt, mindestens mal das Geld, was sie kosten, noch nicht mal den Gewinn eingerechnet, mindestens aber das Geld, was sie kosten, dann solltest du überlegen, dass du die Struktur ein bisschen anders machst. Wie gesagt, das geht sehr einfach. Im Büro kann er sehr einfach Hilfstätigkeiten übernehmen, im Vertrieb keine Hilfstätigkeiten übernehmen, Leute vorqualifizieren, ähm, gegebenenfalls sogar Termine setzen für den Vertriebler, abgesagte Termine neu legen. Das kann er alles schon machen, da muss er nur reden können für. Da muss er keine fachliche Ahnung haben. In der Montage kann er ganz einfach kleine, äh, kleine, wie sagt man, Hi-Bi-Aufgaben machen. Überhaupt kein Problem. Es ist alles möglich, ne? Es liegt an deiner Kreativität, wie sehr du das gestaltest. Und die dritte Sache, die ganz wichtig ist beim Onboarding, du solltest eine Art Erfolgsmessung haben. Das heißt, du solltest ganz konkret, sagen wir nach drei bis sechs Monaten, da musst du dir einen Zeitraum festlegen, der für dich passt, die Entscheidung treffen können, geht es mit ihm weiter oder geht es mit ihm nicht weiter. Das heißt, es sollte ganz klare Kennzahlen geben, anhand denen du festmachst, ganz objektive wirklich, ne? Passt das, passt das nicht. Das heißt, das sind Leistungsindikatoren. Wenn du sagst, okay, du erwartest von einem Vertriebler zum Beispiel, kannst du jetzt nicht sagen, ich erwarte nach sechs Monaten eine Abschlussquote von 80%, was vielleicht der andere nach drei Jahren hat. Das kannst du nicht machen. Aber du kannst sagen, okay, ich erwarte, dass er zum Beispiel die Termine der und der Zeit macht, dass er dir die Frage am Ende stellt, ist das und das passiert. Das ist eine objektive Sache, die er schon nach sechs Monaten liefern kann. Warum dieser Zeitraum, drei bis sechs Monate? Weil das normalerweise die Probezeiten sind. Nur also das, wo du problemlos auch noch loswerden kannst, wenn es nicht passt. Wenn du dann feststellst, okay, haben wir auch Situationen gehabt, ne? Nach sechs Monaten merkst du, okay, wird irgendwie gerade noch nicht so gut, aber der wird noch besser. Dann merkst du aber nach zwölf Monaten, das liegt nicht an der Zeit, das liegt wirklich an den Menschen, dass es nicht besser wird. Jetzt werden wir nach zwölf Monaten los, klar gibt es Möglichkeiten. Das ist alles, alles machbar. Alles kein Problem, ne? Aber es ist wieder mehr Stress, mehr Aufwand. Du hast dir sechs Monate mehr Gehalt gezahlt. Also es schafft dir ganz konkrete Maske, wo du sagst, wenn er das nach sechs Monaten oder nach drei Monaten, musst du gucken, welche Stelle nicht liefert, nicht leistet, dann ist er raus. Das ist eine sehr, eine sehr objektive Herangehensweise an das Thema, aber objektiv ist auch in meinen Augen das Einzige, wie man das fair gestalten kann. Weil es kann ganz schnell mal sein, du hast da jemanden, mit dem verschließt dich ein bisschen besser, weil ihr, keine Ahnung, das gleiche Hobby noch habt irgendwie. Den bevorzugst du dann gegenüber jemanden, der einen genauso guten Job macht, aber eigentlich auch keinen guten Job, genau wie dein Kumpel quasi, mit dem Hobby auch keinen guten Job macht, den du dann entlässt, obwohl der andere bleibt. Vielleicht machst du einen leicht besseren Job, aber trotzdem, ja, mein Kollege, mit dem mache ich zusammen immer was nach Feierabend. Nee, der bleibt. Kannst du machen, aber ein Unternehmen hat schlechte Entscheidungen dann an der Stelle einfach. Es ist halt die Frage, wie du ein Unternehmen führen willst. Es wird auch genug Leute geben, die sagen, ja, nee, ist ja nicht so schlimm, ist ja auch familiär ein Ding und so. Alles cool, kein Thema. Ich gehe mal davon aus, ein Unternehmen ist dafür da im Endeffekt, dass jeder, jede Person im Unternehmen selber einen möglichst hohen Mehrwert bringt, dass ich mein Unternehmen so strukturiere, dass die Leute möglichst hohen Mehrwert für sich selbst bringen können natürlich, weil ich damit auch Gehälter anpassen kann, dass sie möglichst hohen Mehrwert für den Kunden bringen und für das Unternehmen damit bringen. Das ist meine Herangehensweise, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, ich möchte eigentlich eine coole Community haben, ich möchte mit meinen Leuten möglichst viel Spaß haben. Das ist ein Kriterium, vielleicht, dass es sich gut integriert hat. Kann ja sein. Ich will ja nicht vorschreiben, wie ein Unternehmen zu führen hast. Aber letzten Endes solltest du dir auf jeden Fall objektive Maßgaben schaffen, anhand denen du das festmachen kannst. Von mir ist es auch subjektive, mir egal, aber such dir Maßgaben. Dass du dann nicht sagst, okay, jetzt weiß ich es noch nicht. Nach sechs Monaten. Machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Danach musst du es wissen. Okay, finde ich ein sehr wichtiges Thema, weil das wird bei ganz vielen einfach komplett vernachlässigt. Da wird es halt irgendwie so gemacht, der wirkt gerade da, es lernt den ein, es will Mitarbeiter eine scheiß Erfahrung, weil dann ist er halt jetzt mal krank plötzlich, der den einlernen sollte und dann zieht es dann aber auch rum, guckt ein bisschen aus dem Fenster und dreht Däumchen. Da hast du Geld verschwendet für eine Woche Gehalt und das ist nicht wenig. Plus der Mitarbeiter hat das Gefühl, irgendwie überhaupt nicht gut aufgenommen worden zu sein und sowas kann auch zu einer Kündigung für einen guten Mitarbeiter führen. Sehr schnell sogar. Ja, soviel dazu. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum Leute von selber aus kündigen, wenn das Onboarding sehr scheiße war. Tatsächlich. Gut, dann wünsche ich dir eine gute Zeit erstmal. Herzliche Sachen. Lass einen Daumen nach oben da, lass ein Like da, schreib gerne in die Kommentare, wo bei dir schon mal Sachen aufgetaucht sind, wo du gesagt hast, ey, im Nachhinein habe ich das ganz anders gelöst. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann. Ciao.